Guten Abend zusammen, ihr kennt sie vielleicht, das hier ist Pau und das ist Justin, das sind die beiden Chefs von La Santa und mein Herz ist ganz glücklich, wenn ich euch beide sehe und dass das Geschäft wieder geöffnet ist. Pau, Justin, wie geht es euch? Okay, ihr seid auch froh, dass jetzt wieder abiert wird, dass wieder geöffnet ist. Wann macht ihr im Moment auf, wie ist geöffnet von den Abenden her? Ja, im Moment, wir haben, ja, ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Quattro, äh, vier Tage pro Woche. Okay, bis Juli. Bis Juli. Und dann muss man neu sprechen. Ja, wir wünschen euch toi, toi, toi. Monika, meine Kamerafrau, hat ein paar Fotos und ein paar Videos gemacht. Wir stellen etwas zusammen und wir freuen uns. Im Moment sind fast nur spanische Gäste hier, aber wenn ihr Glück habt, geht es jetzt bockabock, sagt der Mann. Langsam irgendwo weiter und die Leute kommen. Pau, muchas gracias, dass wir mit euch ein bisschen sprechen konnten. Justin, es geht nur so, para distancia. So, vielen Dank, guten Erfolg. Dankeschön. Bitte schön. Buenas noches. Bitte schön, buenas noches. Danke, danke. Das war's für heute. Vielen Dank.